Schaut mal, was wir hier unten entdeckt haben. Da drehen die anscheinend gerade einen Film. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher Film das ist. Denn den müssen wir auf jeden Fall angucken. Also wenn jemand irgendwann diesen Vlog hier sieht und weiß, welcher Film das ist, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns wirklich sehr dafür interessieren.